Am vergangenen Samstag fand in der Sporthalle des Berufsschulzentrums das Handballturnier um den Sparkassencup in Hoyerswerda statt. Sieger wurde der HC Elbflorenz aus Dresden. Der LHV Hoyerswerda kam auf Rang 3. Die Mannschaft um Trainer Conny Böhme besiegte im kleinen Finale den TSV Radeburg mit 19 zu 18. Beim Turnier liefen auch die beiden Neuzugänge Michael Neimann und Lukas Stottko auf. Frisch ausgestattet wurde das Team zum Abschluss übrigens auch. Neue T-Shirts überreichte der Landtagsabgeordnete Frank Hirche.